Was macht eigentlich die AfD in dieser Corona-Krise? Sagen wir mal so, in den ersten Tagen, da war die Alternative ja fast schon erschreckend staatstragend unterwegs. Inzwischen haben sie aber wohl zur alten Form zurückgefunden. Als gelernte Angstvampire saugen sie die Wut und den Frust der Bürger auf. Heute sind natürlich sämtliche Corona-Maßnahmen für die AfD mindestens DDR 2.0. Wissen Sie, was Sie damit den Bürgern dieses Landes antun? Sie erzeugen Angst, Hysterie und Depression. Angst, Hysterie und Depression, das ist immer noch das Kerngeschäft der AfD. Aktuell profitiert die Partei in Umfragen nicht von der Krise, aber machen wir uns nichts vor, das kann sich mit zunehmender Rezession natürlich noch ändern. Gleichzeitig erlebt die AfD aber eine schwere Zerreißprobe. Der Vorstand hat Andreas Kalbitz, dem Brandenburger AfD-Chef wegen seiner rechtsextremen Vergangenheit, die Parteimitgliedschaft entzogen. Ein Paukenschlag. Aber ich wette, der Andi holt sich die zurück, denn zurückholen ist quasi voll sein Ding. Holen wir uns gemeinsam unser Land zurück. Wir holen uns dieses Land zurück. Wir holen uns unser Land zurück. Wir holen uns unser Land zurück. Wir holen uns unser Land zurück. Holt euch dein Land zurück. Wir holen uns unser Land zurück. Genau. Hol dir erstmal die Gewalt über deine Zunge zurück, Kalbitz. In der AfD toben jetzt offene Flügelkämpfe. Und es ist wirklich, muss man sagen, eine völlig ungewohnte Situation für uns alle. Sonst haben uns immer Amerikaner oder Engländer entnazifiziert. Jetzt entnazifiziert sich eine deutsche Partei selber und schreibt damit Geschichte. Heute Show History mit Serdar Sumuncu Mai 2020. Die staunende deutsche Öffentlichkeit erlebt einen der erbärmlichsten Putschversuche der deutschen Geschichte. Ein bislang völlig unbekannter linker Flügel der AfD ergreift die Macht im Parteivorstand. Antifaschistische Kräfte um Jörg Meuthen und die Linksaktivistin Beatrix von Storch versuchen Andreas Kalbitz aus der Partei zu drängen. Ja. Der Kalbitz, strahlender Sieger von Brandenburg und sieben Jahre in Folge Gewinner des Heinrich-Himmler Lookalike-Kontests, wird gnadenlos rausgemobbt. Für was? Nur dafür, dass er vor Jahren mal bei einem harmlosen Lederhosen-Fetischtreffen von irgendwelchen Nazi-Pfadfindern dabei war? Werde ich direkt scharf, wenn ich sowas sehe? Ist das hier etwa schon Extremismus? Wir sind die Totengräber der fauligen Reste dieser 68er-Zersetzung. Und die AfD ist die letzte evolutionäre Chance für dieses Land. Danach kommt nur noch Helm auf. Wir werden auf den Gräbern tanzen. Ja, natürlich ist Andreas Kalbitz genauso bürgerlich wie ich. Und der Witz ist, das stimmt sogar. Übrigens haben sich die beiden hier jahrelang null an dem gestört, was Heinrich Kalbitz so in die Welt rübst. Jetzt, wo die Beobachtung durch den Verfassungsschutz droht, machen sie einen auf Antifa. Extrem glaubwürdig. Gerade bei Frau von Storch. Wie war das damals noch mit dem Schießen an der Grenze? Auf die Anfrage eines Facebook-Users Wollt ihr etwa Frauen mit Kindern an der grünen Wiese den Zutritt mit Waffengewalt verhindern, schrieb sie kurz und knapp Ja. Inzwischen ruderte sie halbherzig zurück. Zumindest gegen Kinder sei der Schusswaffengebrauch nicht zulässig. Ach, nur auf die Mütter schießen. So viel Sentimentalität hat heute keinen Platz mehr in der AfD. Deswegen ist auch völlig klar, wie dieser Pseudomachtkampf rechts gegen ganz rechts am Ende ausgeht. Still gestanden. Es folgt eine Ansage aus dem Bernd-Bunker. Wer die Argumente von Parteigegnern aufgreift und sie gegen Parteifreunde wendet, der begeht Verrat. Klingt irgendwie bedrohlich. Im günstigsten Fall bleibt den beiden Flitzbieben hier noch das Exil. Angeblich gibt's aber schon ein Angebot von Netflix für eine eigene Serie. Von Storch und Meuthen sind Nazi-Jäger in der AfD. Auf keinen Fall gucken wird scheiße. Gute Nacht. Heute Show History Ja, IT-Service Brunsmeier, Sie sprechen mit Jürgen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Mhm. Ja. Haben Sie mal versucht, das Gerät aus- und wieder einzuschalten? Hat nichts gebracht, verstehe. Ja. Probieren Sie doch mal den Kanal der Heute Show auf YouTube zu abonnieren. Genau. Und im Zweifel ruhig auch mal den Gefällt-mir-Button klicken. Genau. Ja, ich bleibe in der Leitung.